Deutschlands beste Männer nennt sich die ZDF-Show, die per Forsa-Umfrage und Online-Voting einfach jetzt mal die 50 besten deutschen Männer bestimmt hat. Natürlich sagt man dabei, dass die Umfrage repräsentativ war und das Voting, also mindestens 5000 Leute werden schon mitgemacht haben. Damit kann man natürlich sagen, ja, Deutschland hat gewählt. Und bei dem, was da gewählt wurde von dieser repräsentativen Umfrage und Voting sind natürlich sehr viele namenhafte Personen aus Musik, Sport, Politik, Wirtschaft, Kunst, Film, Literatur und Unterhaltung dabei. Das sind dann die derzeit, gerade momentan die besten Deutschen, jedenfalls Deutschland empfindet das als die besten Deutschen. Doch sollte man sich fragen, hey, beste Deutsche, wen könnte man eigentlich überhaupt als beste Deutsche bezeichnen? Ich meine, letztendlich ist das nur eine saudumme Beliebtheitswahl. Sprich, wessen Fresser oft genug im Fernsehen zu sehen war, mit positivem Zusammenhang, da finden die Leute den gut und sagen, die besten Deutschen. Sprich, massig Sportler, die einfach nichts anderes machen als ihren Sport, also das ist so bemerkenswert und toll, wie in die Kloschüssel scheißen. Im Endeffekt kein Schwein braucht diese ganzen Sportler, das sind einfach nur Unterhaltungstrottel. Und diese Fußballer sind deswegen so oft dabei, ja, weil wir Fußball besonders toll finden in Deutschland. Ich meine, letztendlich ist es ja so, dass unsere deutsche Nationalspieler, ja, oder dass die deutsche Nationalmannschaft an sich nicht unbedingt so die große Fußballmannschaft ist. Ich meine, ja, bei was für Gegnern wir uns schon in die Hose scheißen und mit Ach und Krach das noch gerade biegen? Ja, fragwürdig, fragwürdig. Und das sollen jetzt die besten Deutschen sein? Hm, ist es vielleicht nicht sogar so, dass, es könnte doch sein, dass die Eishockeyspieler, ja, die deutschen Eishockeyspieler, dass die eigentlich viel, viel besser sind als die deutschen Fußballer. Also man es einfach sportlich im Vergleich sieht in dem, was die leisten. Ich weiß es nicht, ich spekuliere jetzt mal einfach so, aber nur weil alle Fußball toll finden, sind jetzt scheiß Sportler die besten Deutschen. Also das ist doch, also das ist eine Frechheit, sowas zu machen eigentlich. Und so zieht sich das eben durch diese ganze Liste durch. Alles nur belanglose Medientrottel, die eigentlich nichts Wichtiges gemacht haben. Irgendwelche Moderatoren, die einen einfach nur unterhalten. Irgendwelche Musiker, die auch nicht unbedingt so besonders genial, super toll oder dies und das sind. Oder ganz schlimm, diese ganzen Schauspieler, die ja auch nichts anderes machen als zu schauspielen. Das ist auch nicht besonders bemerkenswert. Und das ist dann jetzt, da ist man dann gleich Deutschlands Beste? Ich meine, das Ganze ist natürlich austauschbar. Ist ja nicht so, dass diese ganzen Schauspieler so erfolgreich und beliebt und berühmt sind, weil sie so gut sind. Sondern weil die Leute sich irgendwie mit denen identifizieren können und weil sie irgendwie ein Kumpeltyp sind oder was weiß ich was. Also nach der reinen schauspielerischen Leistung geht es ja nicht wirklich. Das gleiche in grün natürlich mit der Musik. Also es ist einfach lächerlich, dass das die besten Deutschen sein sollten. Ich meine, überlegen wir doch mal, was könnte man denn sagen, müsste jemand gemacht haben, wo man sagen könnte, ja das ist einer der besten Deutschen, was der geschaffen hat. Das hat Relevanz. Ich meine, lassen wir jetzt mal die Politiker weg. Ich meine, diese natürlich verdient in der Liste, auch wenn ich den einen oder anderen für Idioten halte. Auch die Literaturleute haben einen gewissen gesellschaftlichen Einfluss und haben wirklich gewichtige gesellschaftliche Diskussionen, Ideen angeschoben, könnte man sagen. Aber im Endeffekt in der ganzen Liste war ein, ein einziger Wissenschaftler dabei. Und das zeigt es doch eigentlich. Sozusagen diese Wissenschaftler, die wirklich sagen, was erreichen, sozusagen was Fortbestand hat, worauf aufgebaut wird, wo Neues entsteht und so. Die kennt keiner, weil das eben nichts ist, was man groß in den Medien zeigen könnte. Ich meine, einer der wichtigsten Deutschen, die wir eigentlich so haben, zum Beispiel jemand, der etwas geschaffen hat, womit wir als Deutsche und die ganze Welt tagtäglich zu tun hat. Ja, das gibt es. Ein Deutscher, der sozusagen die Welt so weit verändert und beeinflusst hat, dass wirklich, ja, eine gigantisch große Masse an Menschen permanent damit zu tun haben. Ich rede von Karl-Heinz Brandenburg. Hä? Hä? Wer ist das? Ja, kennt keiner. Aber wir alle haben mit dem, was dieser Mann geleistet hat, zu tun. Zum Beispiel YouTube selber, gerade hier sozusagen dieses Selbst-das-Medium hier, wie ich gerade, das, was ich spreche, hat damit zu tun. Das, was ihr gerade hört. Denn dieser Mann war an der Entwicklung des MP3-Formats mitbeteiligt, etwas sozusagen Bahnbrechendes, sozusagen, wo, ja, wo sich ja die halbe Welt durch verändert hat, natürlich hauptsächlich unsere westliche Welt. Das ist wirklich eine gigantisch wichtige, große Leistung. Das kann ein Peter Maffei mit nichts nachmachen. Also, so etwas sozusagen exorbitant Wichtiges, was noch so viele Jahre Bestand haben wird. Die Hälfte der Leute in dieser Liste können mit so einer krassen Leistung überhaupt gar nicht mithalten. Und das ist schlichtweg der Punkt. In unserer heutigen Gesellschaft werden Leute gefeiert, die eigentlich nichts Wichtiges machen. Das sollen die besten Deutschen sein. Das sind unsere Vorbilder. Leute, die uns interessieren, wo wir heulen, wenn die Unfälle haben und sowas. Oder wenn wir uns freuen, weil die jetzt heiraten und sonst was für eine Scheiße. Das sollen die besten Deutschen sein. Die sind bei den Deutschen beliebt. Das sind eigentlich alles Idioten, die einfach mit unwichtigem Müll eigentlich nur uns bespaßen, unsere Zeit verplempern und, ja, eigentlich den Leuten den Ruhm und den Raum nehmen, die wirklich Wichtiges leisten für unser Land und auch für die Welt. Diese ganze Sendung zeigt einfach, wie extrem oberflächlich unsere derzeitige Gesellschaft ist, nicht nur in Deutschland und wie widerlich und ekelhaft das eigentlich ist. Anders gesagt, die wahren Helden, die wahren wichtigen Menschen, die an der Gesellschaft mitentwickeln, hier Positives erreichen, die Gesellschaft verändern, die Gesellschaft voranbringen. In unserem Land und der Welt, die finden in den Medien nicht statt, weil es eben wichtiger ist, was der Jauch mal wieder bei Wer wird Millionär Lustiges gesagt hat. Och, der Jauch, der ist ja so toll, was der so gemacht hat. Och, das ist ein toller deutscher Jahr. Das ist nur ein Moderator. Nichts anderes, der ist bloß der nette Junge von nebenan, den alle leiden können. So, ein nichtssagender, aalglatt gebügelter, ohne Inhalt Mensch, den jeder toll finden kann und der in seinem Leben auch noch nirgendwo Stellung bezogen hat und mal was Wichtiges für die Gesellschaft geleistet hat. Nur nutzlose Scheiße, unwichtiger Mist, den kein Schwanz eigentlich braucht. Und das ist aber, das finden die Deutschen toll. Da ist man beliebt sozusagen, wenn man Unwichtiges macht, was eigentlich keinen Bestand hat. Wenn man einfach nur Leute positiv unterhält und denen die Zeit vertreibt, weil die selber mit sich nichts anfangen können. Und das ist einfach widerlich und krank. Und das zeigt, wie unsere Gesellschaft heutzutage drauf ist. Also, jemand, der in unserer Gesellschaft wirklich Tatendrang beweist, was verändert und was bewegen will, der wird eigentlich eher verächtlich angeguckt, der wird beschimpft, niedergemacht oder man beachtet ihn einfach gar nicht. Also, ich sag mal so, in so eine Liste hätte zum Beispiel ein Michael Friedmann gehört. Den halte ich natürlich selber auch für den größten Idioten aller Zeiten. Und das ist ein Penner und ein Spast, finde ich jedenfalls. Also, so viel, was er gemacht hat, da denke ich nur, was für ein Trottel. Aber dieser Mann hat Eier und hat Stellung bezogen, hat wichtige gesellschaftliche Diskussionen mitgestaltet, mit angeregt, geprägt und dies und das. Trotz seiner sozusagen Paolo Pinkel-Sachen, obwohl er ja nicht wirklich Paolo Pinkel hieß. Und, ja, aber wen ehren wir? Leute, die ewig lange im Kreis fahren. Ja, super, der Schuhmacher, was hat er geleistet? Ja, er ist immer im Kreis gefahren. Was? Der ist immer im Kreis gefahren? Ja, der ist so oft im Kreis gefahren, dass er immer gewundert. Ja, den kann ich auch mal mit dem Kreis. Auf dem fahre ich da immer im Kreis. Ja, super. Wahnsinn. Und das sind jetzt die besten Deutschen. Also, es ist einfach armselig. Armseliges deutsches Fernsehen. Armselige Medienlandschaft, armselige Gesellschaft. Es ist einfach widerwärtig. Da kann man eigentlich nur sagen, Pfui.